Liebe Stadtritte und Stadtritte von Geroltshofen, ich erlebe immer wieder, wie offenbar Leute die Informationen in unserem Ratsinfo nicht finden und deswegen möchte ich mal ganz kurz durchführen, wie ich mit dem Ratsinfo arbeite und ich glaube, das ist ein nicht so unvernünftiger Weg. Starten wir mal rein. Das erste Thema ist einfach oben, wie greife ich darauf zu unter sr.geroltshofen.de ist der direkteste Weg, um darauf hinzukommen, man muss also nicht das gesamte Stadtrat eintippen. Sehr gut, jetzt bin ich ja mein Kennwort durch mich selber verdeckt. Anmelden und jetzt mache ich mich mal klein. Die Dokumente sind an unterschiedlichen Stellen anders zu finden. Wenn ich zu einer Sitzung gehe, ist es empfehlenswert, immer alle Sitzungen und hier die drei Punkte auszurufen. Das ist der schnellste Weg hinzukommen. Man kann auch über den Kalender gehen. Gehe ich in irgendeiner Form über die Dokumente zum Beispiel rein, finde ich nicht alle Dokumente. Das System ist leider wirklich schrottig, muss man sagen, von technischer Sicht, aber es ist halt das System, was wir haben und wenn man weiß, wie man mit arbeitet, geht das auch. Klicke ich über den Kalender, wo ich die ganzen Lerntage habe, kann ich hier oben auch auf Termine klicken und dann sehe ich nur die Tage, an denen auch eine Stadtratssitzung stattfindet. Und jetzt einfach klicke ich die, das Überschrift an, einfach 40. Sitzung des Stadtrats, da kommt ein Link drauf und diesen Link nehme ich. Und jetzt habe ich hier oben Dokumente und habe unten Dokumente, nehme ich in der Regel oft diese Vorlage, die Beschlussvorlage. Machen wir einmal kurz auf und öffnen die. Das ist das, was wir meistens zu sehen bekommen und zusätzliche Dokumente sind manchmal hier unten dran und manchmal hier oben. Wahrscheinlich gibt es Unterschiede, wie man die einstellen kann, aber das sind einfach beide Stellen, an denen man schauen muss. Und das sind aber auch alle Stellen. Mehr Stellen gibt es nicht. Nur eben, wenn ich über andere Wege reingehe wie die Dokumente, dann sehe ich, glaube ich, nur hier oben die Zusatzdokumente und unten das, was an einem Beschlussvorschlag dranhängt oder an einem Tagesordnungspunkt dranhängt, sehe ich dann eben nicht. Also immer an beiden Stellen schauen. Jetzt habe ich mal einen Termin gesucht, wo es anders ist, solche Sitzung des Fernausschusses am März 2021. Und hier oben sind es auch zum Beispiel Einladung, Kopiervorlage. Und hier ist jetzt der andere Fall. Hier hängt auf einmal an dem Tagesordnungspunkt mehrere Dokumente. Und die würden dann zum Beispiel auch nicht links bei Dokumente auftauschen, wenn ich das System richtig verstanden habe. Also das ist so ein Beispiel, wo ich das eben zum Beispiel nur unten sehe und hier diese Dokumente oben nicht auftauchen. Und dann gehe ich halt einfach hier unten drauf, klicke, rufe sie da auf und habe dann hier entsprechend die Sachen. Okay. Das nächste Thema ist, wie finde ich alte Informationen? Oben die Lupe Recherche. Und da gibt es Vorlagen Recherche. Will ich Recherche aus? Nehme jetzt zum Beispiel Investitionsprogramm, wenn ich da die Investitionen vom Haushalt suche. Oder gehen wir noch einen Schritt zurück. Ich kann es hier noch nach dem Datum eingrenzen von bis, wenn ich es aus einem Jahr suche. Ich empfehle immer die größte Anzahl an Treffern hier unten auszuwählen, um halt einfach nicht so viel hin und her scrollen zu müssen. Und jetzt sieht man die Dokumente, die man hier drauf hat. Es ist leider nicht so richtig ersichtlich, wie es sortiert ist. Es scheint zufällig zu sein, würde ich mal sagen. Also noch irgendwas wird es sortiert sein, aber die Logik ist nicht erkennbar. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass ich in die Beschlussvorlage komme, in den Tagesordnungspunkt oder in das Datum. Nachdem sehr oft der Beschlüsse zusammenhängen, empfehle ich immer das Datum zu nehmen. Dann oft, wenn ich nicht weiß, an welchem Tag das ist und ich habe mehrere Beschlüsse drin, empfehle ich mit der mittleren Maustaste auf das Datum zu klicken und die mittlere Maustaste hoch und die mittlere Maustaste zu drücken. Dann geht es nämlich in einem neuen Fenster auf und dann kann ich jetzt mir einfach mehrere Termine nehmen. Jetzt habe ich 2013, 14, 15, 16 und habe dann hier oben die verschiedenen Sitzungen offen und kann die mir dann einfach entsprechend anschauen und darin dann recherchieren. Ein nächstes Thema, was hier interessant ist, sind tatsächlich die Gremien, die es Verschiedenes gibt. Wenn ich einfach wissen will, wir sitzen im zum Beispiel Ferienausschuss oder so, was sehe ich hier, die Liste, wer ist Mitglied, wer ist Stellvertreter, gerade wenn irgendwas vielleicht dann lange nicht mehr aufgetaucht ist. Das nächste Thema im Kalender gibt es den dritten Punkt Niederschriften. Auch der ist interessant, weil diese Niederschrift-PDFs tauchen meiner oder meiner Erfahrung nach jetzt auch nicht bei den Suchen auf. Aber man sieht, das ist von vorne bis hinten unlogisch, das System. Also wenn man da irgendjemand, der auch wirklich Stadtrat wäre, da mitdesignen würde, der würde es ganz anders konzipieren, dass man damit auch arbeiten kann. Aber egal, die Niederschriften, ich gehe über Kalender, Niederschriften, das scheint der Weg dazu zu sein und ich kann jetzt hier oben wieder, von wann ich die sehen will und dann habe ich hier ein Zusatzdokument, Niederschrift öffentlich und das ist wieder ein PDF, wo das Dokument ist, was bei uns immer rumgeht. Also was ich ab für Schluss und so weiter oder manchmal sind ja auch noch mitgeschrieben, wer welchen Redebeitrag oder sowas gemacht hat. Gut, ist jetzt in dem Datum nicht, ist auch egal. Also das sind diese Sachen. Ich gehe rein, wenn ich auf der Startseite bin, über aktuelle Sitzung, die drei Punkte, dann ist der schnellste Weg hinzukommen. Alternativ mit zwei Klicks über Kalender und Termine und dann klicke ich entsprechend meinen gewünschten Termin an. Unter Kalender Niederschriften sehe ich die Niederschriften von den Sitzungen und oben über die Lupe ist die Recherche und hier drin kann ich nach Begriffen suchen. Auch da findet er es nicht immer perfekt, muss man eventuell mal verschiedene Begriffe oder sowas ausprobieren, um zu dem Ergebnis zu kommen. Aber das sind die Hauptwege, wie man mit unserem Ratsinfo arbeiten kann. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen von euch ein bisschen geholfen. Dann bis zur nächsten Stadtratssitzung. Ciao.